Der SC Freiburg gewinnt die Regenschlacht zu Hause gegen den VfL Bochum mit 1 zu 0 und rückt somit auf Platz 2 der Tabelle vor, zumindest mal über Nacht. Das Ganze hat sich zu einer Regenschlacht entwickelt. Am Anfang war es noch relativ trocken, zumindest als es angepfiffen wurde. Und dann hat der Himmel seine Schleusen geöffnet und das Wasser lief und lief. Man kam sich fast vor wie im Schwimmingpool. Also das ist einfach nur krass, was da abgegangen ist. Vor allem die Klamotten werden ja schwer und die fangen dann ja auch an zu hängen. Und es ist auch nicht leichter unbedingt zu spielen für die Torhüter, auch ganz, ganz bitter. Ja, Freiburg hatte viele Chancen. Ich glaube, das ist das Einzige, was man Freiburg heute vorwerfen kann, dass sie viel aufs Tor geschossen haben, aber nur eine Bude dabei rumgekommen ist. Gut, die war auch drin, aber wie das Ganze passiert, ist auch sehr, sehr kurios. Grifo schießt den Elfmeter, verschießt diesen, Riemann hält. Dann der Nachschuss, oder besser gesagt, der Nachschuss mit dem Kopf. Riemann hält wieder und dann stochert er das Ding doch noch irgendwie über die Linie, ganz bitter für Bochum. Vor allem, weil Riemann ja zweimal überragend pariert hat. Und das hat dann am Ende gereicht, um Freiburg zum Sieg zu bringen. War nicht das schönste Spiel, war vielleicht auch nicht das torreichste Spiel, aber Freiburg, glaube ich, kann es egal sein. Die haben jetzt die drei Punkte und ich glaube, diesen zweiten Platz aktuell in der Liga, den nehmen sie aktuell, glaube ich, sehr, sehr gut mit. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und ciao, haut rein!